Wenn wir andere Menschen glücklich machen, beschenken wir uns selbst mit Glück. Der Grund? Gefühle sind ansteckend. Allen Menschen sind gewisse Gefühle angeboren, wie die Wissenschaft inzwischen herausgefunden hat. Und diese Gefühle sind jederzeit abrufbar. Sind wir in Resonanz mit Gefühlsschwingungen anderer Menschen, löst dies bei uns eben dieses Gefühl aus. Sei es Freude, Ärger oder eben Glück. Je glücklicher wir unsere Mitmenschen machen, desto mehr Gutes tun wir uns selbst an.